Hallo, in diesem Video sehen wir uns Adjektive mit Präpositionen und die dazugehörigen Fragewörter an. Sehen wir zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt ist fähig. Punkt, Punkt, Punkt ist beschäftigt. Punkt, Punkt, Punkt ist interessiert. Punkt, Punkt, Punkt ist neidisch. Und jetzt die Fragewörter. A. Woran? B. Worauf? C. Womit? D. Wozu? Fangen wir also an. Wozu ist er fähig? Womit ist er beschäftigt? Woran ist er interessiert? Worauf ist er neidisch? Und jetzt nochmal alles zusammen. Wozu ist er fähig? Womit ist er beschäftigt? Woran ist er interessiert? Worauf ist er neidisch? Die Adjektive heißen Fähig zu plus Dativ Beschäftigt mit plus Dativ Interessiert an plus Dativ Und neidisch auf plus Akkusativ Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Jetzt nochmal die Wiederholung. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.